Und ja... Upsala... Nein, ich fang mich nicht. Gut. Ach man, volles Leben. Jetzt müsste es mit Dracula eigentlich... Oh, ich nenne schon die Fledermaus Dracula, ganz klar. Es ist ja auch so schwer wie die Dracula. Ich meine die Fledermaus. Und ihr seht schon, warum tue ich mir das Spiel überhaupt an? Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein, habe ich dich getroffen? Ich glaube nicht. Komm, treff ihn so auf. Du kannst... Oh, gleiches Leben haben wir. Das ist nicht schön. Gott. Bleib doch einmal da in meiner Reichweite, damit ich dich schlagen kann. Ja, genau. So meine ich es nicht mit Reichweite. Nein. Gott. Nein. Ich schaff dich jetzt. Gott. Perfekte Fledermaus. Perfekte Fledermaus. Ich will kein Game Over haben. Gott. Alter, auch noch in diesem Perfekter... In dieser Hitze das zu spielen. Das macht einen sauer. Oh. Gut, 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 gut. Oh, dein Bewegungsmuster ist so scheiße. Scheiße. Ja, jetzt habe ich dich, glaube ich, raus. Oh. Ja, geschafft. Ganz knapp. Und Stage 1 ist geschafft. Leck mich am Arsch. Und das saftig. Das tue ich mir nur hier an. Ich glaube, das Video hat es nicht mal ins erste Level geschafft. Und Stage 2. Gott. Ja, wie soll ich darüber, wenn der so schnell herumläuft? Versuchen wir es mal. Gott. Du Arschloch. Ja, unsterblich. Danke für diese Chance, aber... Das bringt echt nicht viel. Hier ist nichts kaputt machbar. Ja, jetzt muss ich nach dem Schlüssel suchen. Wie immer. Hm. Es kommt schon. Oh. Rot, 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 rot. Schnell hoch, hoch, hoch. Um ihn fertig zu machen. Ja. Gott. Gott. Ihr seht es ja. Ich habe Stage 1 und 2 im NES sowas von locker genommen. Aber hier nicht. Hier wird es nicht so sein. Schlüssel. Nein, Medusa. Und dich, Arschloch. Oh, cool. Nein. Zeit anhalten. Nein. Was ist das? Oh, Gegner sogar können in diesen Kerzen sein. Ist das Spiel nicht scheiße? Okay, gut geschafft. Und? Hier sehen wir ja, ähm... Die Tür. Aber ich habe den Schlüssel nicht. Ja, im Castlevania auf dem NES braucht man diese Schlüssel überhaupt nicht. Gott. Ich glaube, das, was ich da letztendlich habe, war Luxus im Gegensatz zu das. Oh, nein. Nein. Gut gekillt. Ich muss alles... Oh, geil. Hier ist der Schlüssel. Okay, das heißt, ich muss nur wieder hoch. Gut. Und rechts war doch ein bisschen Weg, den ich nicht erreichen konnte. Ich rate mal, dass hier wieder die Räume unendlich sind. Ja, es geht hier durch. Oh, kacke, kacke. Oh, scheiße. Na, ich meide den Weg da. Ich habe den Schlüssel und gehe jetzt den Weg da... Oh, Gott, 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 Gott. Hoch, 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 hoch. Oh, scheiße. Spiel ist hässlich. Oh, Gott. Ich werde wieder sterben. Und ich habe nur Leben, wie ihr oben sehen könnt. Oh, Mann. Aber ich muss euch eins versichern, auch wenn man sich nur ein Game Over leisten darf, ähm... Also gar kein Game Over darf man sich leisten. Ich werde... Oh, scheiße. Jetzt kommt das Game Over. Ich sehe es schon. Gibt es hier überhaupt Fleisch in dem Spiel? Ich glaube nicht. Ja, wenn ich mal sterben werde, werde ich den Game Master benutzen. Mit ihm kann ich mein Leben bestimmen und die Stage-Nummer. Ja, der Game Master ist... Ja, man kann mit ihm schummeln, aber er ist ein offizielles Tool des MSX und tot. Werde ich jetzt Game Over haben? Na? Game Over. Und wo ist nur das Continue? Hm. Konami. Okay. Push Start. Ihr seid so witzig, dass ihr mich jetzt mit dem Scheiß ärgert. Ah, Konami. Ihr könnt mich mal. Ich spiele das Ganze nicht nochmal. Ja, das war's jetzt von mir. Und ich werde beim nächsten Mal mit dem Game Master nach... Äh... Weiterspielen. Also, ciao, ciao. Oh, Gott. Spiel ist verrückt. Glückwunsch. ükleidem. Ja, ich liebe dich. Wir beideaheren.